Ich höre euren Sender täglich von morgens bis abends und nachts, wenn ich schlafe. Aber mit Schlafen ist jetzt so die nächste Stunde, erst mal sowieso nicht. Denn wir werden Musik mit Holländischem Einschlafen machen in der nächsten Stunde. Und wir werden uns auch schon mal verraten. Ah, mein Sound, die man auf der Heimopern so nicht hören kann, das ist eigentlich auch so, das ist der Genre. Naja, zwei Minuten noch und dann ist der Ufer nicht fertig. Okay, wo bekomme ich Holländischem bis zu 60% Preisverteile? Ich will Külle. Hä? Ich will Külle. Das Reiseportal für Deutschland und Österreich. Okay. Vielen Dank.